ARD Text im Auftrag von Funk Mit Danilo ist gerade, ähm... Gudi? Wenn ich mir eine Frau auf meiner Seite wünsche, dann wünsche ich mir, dass sie meine inneren Werte liebt und akzeptiert und mag und was auch immer. Und mir bei meinem Weg oder so unterstützt. So was wünsche ich mir. Und da habe ich halt erst gedacht, oje, vielleicht bist du so eine, die, keine Ahnung, ein Haus will gleich von mir oder was. Ich bin ein Mensch, ich brauche mir alles selbst. Weißt du, was ich meine? Also ich arbeite damit es mir selber gut geht. Ich brauche niemanden, der mich unterhält oder sonst irgendwas. Ich brauche nur jemanden, der einfach... der nicht vieles durchs Leben lässt. Ja, das bin ich nicht. Immer wenn der da ist, muss ich immer lächeln. Ja, ich hoffe, dass es mal zur neuen Couple-Wahl kommt und dass ich mal mit Melissa endlich ein Couple werde. Und ich einfach mehr Zeit mit ihr investieren will und sie unbedingt näher kennenlernen möchte. Mein Name ist Philipp, ich bin 29 Jahre alt und bin derzeit selbstständig im Online-Marketing. Ich bin Sidney, ich bin 32 Jahre alt und arbeite als Model und Schauspieler. Ich bin der Alex, ich bin 28 Jahre alt. Vom Beruf bin ich Maschinenbauingenieur. Ich weiß genau, wie man halt Maschinen baut und jetzt benötige ich halt die richtige Frau, die auch die Maschine zu bedienen weiß. In der Villa finde ich am attraktivsten die Melissa. Melissa? Melissa, ja. Hallo! 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 Jetzt geh ich am Stock!